Hallo und herzlich willkommen zum DigiBad Studio am Montag. Der Bundesligaspieltag hat doch tatsächlich wieder die eine oder andere Überraschung gebracht. Schalke gewinnt gegen Bremen 4-0. Für mich war das natürlich absolut zu erwarten. Großkotziger Schalker hier. Dann haben wir Frankfurt gehabt gegen Hoffenheim 0-4. Und damit sind die Frankfurter auch irgendwie wieder auf dem Boden der Tatsachen. Hohe Heimniederlage gegen Hoffenheim. Wobei ich persönlich immer der Meinung war, Hoffenheim ist eine Mannschaft, die muss man sowieso im Auge behalten. Weil von der Qualität her sind die sehr, sehr stark. Gladbach verlor gegen Mainz 2-3. Das tat mir leid für Mönchengladbach. Hat mich gefreut für die Mainzer, die wieder in der Spur sind. Und Borussia Dortmund. Und das ist natürlich für mich als Schalker besonders schwer zuzugeben. Spielt hervorragend. Gewinnt auch in Freiburg 2-1. Hannover gegen den HSV 3-2. Und Mike Hanke hat es mal wieder geschafft, ein Tor zu schießen. Ich hänge ein bisschen an Mike Hanke, weil ich den Jungen seit ungefähr zwölf Jahren kenne. War ein großes Talent bei Schalke, kam aus Hamm und ist eigentlich schon wieder fast vergessen gewesen. Jetzt das entscheidende Tor gegen den HSV. Großartig, Mike. Dass Nürnberg 1-3 zu Hause verlieren würde gegen Kaiserslautern, hätte auch kaum einer getippt. Mal ganz ehrlich. Leverkusens und Schieden gegen die Bayern dagegen, ich würde sagen, eine normale Geschichte. Aber, dass der VfB Stuttgart zu Hause verloren hat gegen den 1. FC Köln, das sorgt in Köln natürlich wieder für positive Schlagzeilen. Ein Dreier fürs kölsche Herz. Ganz, ganz ehrlich. Das war ein Bundesligaspieltag, der so kaum zu tippen war. Ich bin sicher, dass viele verzweifelt sind an den Tipps, die sie abgegeben haben. Ich selber habe auch nur zwei richtige gehabt von neun. Das ist eine sehr schlechte Bilanz für mich persönlich gewesen. Heute am Montag wäre es mal wieder vielleicht eine Sache wert, ins Internet zu gehen, hier bei digibert.com mitzuspielen und zu tippen. Zweite Liga steht ja an und da gibt es heute Abend das Spiel MSV Duisburg gegen Energie Cottbus. Jetzt bin ich ja so ein bisschen der Zweitliga-Experte, mache viel für Sky live und habe den MSV Duisburg einige Male live gesehen. Zuletzt in Aachen letzte Woche, 2-2. Da waren sie gut, aber nicht gut genug, um auswärts zu gewinnen. Führten 2-1 mit zehn Mann. Die Aachener haben dann allerdings stark zurückgeschlagen. Allerdings weiß man, dass Alemannia Aachen unglaublich noch Mühe und Not hat, eine feste Mannschaft zu bekommen. Und sagen wollte ich eigentlich, dass der MSV Duisburg unglaublich heimstark ist. Und deswegen die 1 heute eigentlich die logische Konsequenz. Dafür gibt es 1,90. Aber vielleicht haben wir auch Zuschauer aus Cottbus, die mittippen wollen. Und die würden dann wahrscheinlich eher auf 0 oder auf 2 gehen. Da gibt es für die 0 3,45 und für die 2 3,75. Man kann ja durchaus mal ein einzelnes Spiel spielen hier bei digibert.com. Und vielleicht versucht man es dann mal mit einem 10er. Im Falle eines Auswärtssieges gäbe es ja 37,50 Euro zurück. Eine tolle Rendite. Das war es für heute in aller Kürze. Die kleine Rückschau auf den Bundesligaspieltag und die kleine Vorschau auf heute Abend auf MSV Duisburg gegen Energie Cottbus. Morgen dann wieder ein etwas ausführlicheres Digibet-Studio mit Meinungen und Stimmungen zur Champions League, die uns ja auch schon wieder ins Haus steht. Und damit schönen Tag noch.